Einmal die Zettel noch nicht für. Aber heimguck, erkennt das schon ganz schön. Mit vollem Körpereinsatz, ne? Du hast sogar letzten Abend, wie der sich so angeklärt hat. Ja, ich hab ihn auf den Boden gelegt, so ganz klar, weißt du, so ganz langsam ist er dann so auf den Zoo. Und im letzten Mal hast du einen hochgesprungen, ne? Und dann hüpf, hüpf, ne? Der ist ja nicht da, ne? Der rückelt zum Teil über seine Sachen. Es geht nur um Spielen, da geht es nur um Spielen. Oh, Berry! Wende! Ja, du bist da. Und so. Wolltest du mal Pipi machen? Ja. Du hast doch eben gerade, hm? Ja. Ja.